Die verteidigungspolitischen Beziehungen zwischen Großbritannien und Frankreich sollen wieder intensiviert werden. Das war ein Ergebnis des Gipfeltreffens zwischen Premierminister Richie Sunak und Staatspräsident Emmanuel Macron am 10. März im Élysée-Palast. Seit fünf Jahren hatte es keinen solchen Gipfel mehr gegeben. Im Nachgang zu diesen Treffen äußerte sich das französische Verteidigungsministerium in seiner allwöchentlichen Pressekonferenz. Die Zusammenarbeit im Verteidigungssektor ist das am stärksten strukturierende Element in den franco-britischen BEZIEH UNGEN, so Oberst Bruno Kunat aus der Abteilung Internationale Beziehungen und Strategie des Ministere des Armees, trotz des Brexits von 2020 und des AUKUS-Bündnisses von Australien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten aus dem Jahr darauf seien Frankreich und Großbritannien mehr den je militärische Verbündete. Heute beruhe, so der französische Stabsoffizier, diese historische PARTNERSCH-AFT-Anführungszeichen vor allen Dingen auf den bilateralen Lancaster-House-Verträgen von 2010, sowie auf der gemeinsamen Zugehörigkeit zur NATO. Am 2. November 2010 hatten Premierminister David Cameron und Staatspräsident Nicolas Sarkozy im Londoner Lancaster-House-Abkommen unterzeichnet, die einer engeren Zusammenarbeit im Rüstungsbereich, bei den Streitkräften, sowie zum Zwecke der Kosteneinsparung im Verteidigungsbudget dienen sollten. Von besonderer Bedeutung betrachtet Frankreich dabei den bilateralen Vertrag zur Kernwaffenforschung und zur Wartung der Kernwaffenarsenale. In diesem Zusammenhang verwies Oberst Kunat auf das Treffen von Macron und Sunak, bei dem beide Staatenlenker betont hätten, dass keine Situation existiert, in der die vitalen Interessen Frankreichs oder des Vereinigten Königreichs bedroht sein könnten, ohne dass die des anderen Landes es nicht auch seien. Es steht zu vermuten, dass diese Äußerung auch eine Reaktion auf die nuklearen Drohungen Russlands im Zusammenhang mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine ist. Bei einem weiteren Vertrag von 2010 geht es um die militärische Zusammenarbeit im konventionellen Bereich. Diese ruht auf 2 SEULEN. Der operativen und derjenigen der Fähigkeiten. Zur operativen Säule gehört unter anderem die schnelle Eingreiftruppe Kombinat Joint Expeditioner REFORCE Anführungszeichen, CJEF, zu der Frankreich und Großbritannien jeweils 5000 Soldaten beitragen. Die CJEF, so der französische Stabsoffizier, soll eine bestimmte Anzahl von Aufgaben erfüllen können, die von der Hilfe für Bevölkerungen bis zum Erscheinen auf dem Gefechtsfeld für Operationen hoher Intensität REICHEN. Ein weiteres Beispiel ist die Verlegung von Truppenteilen nach Estland und Litauen im Rahmen der NATO. Auf der Fähigkeiten-Säule geht es um Kooperationen bei der Entwicklung, Beschaffung und Finanzierung im Rüstungsbereich. Dabei ist es Ziel der französischen Beschaffungsbehörde DGA, Direktion Generale DE Larmement und ihres britischen Gegenstücks DE&S, Defence Equipment and Support, die industrielle und technologische Basis im Verteidigungssektor zu stärken. Beispiele hierfür sind das Projekt ohne MBDA-Anführungszeichen mit Filialen in beiden Staaten als Exzellenzzentren, die nächste Generation von Antischiffsraketen und Marschflugkörpern FMAN-FMC-Futurmissile-Antinavire-Futurmissile-DE-Kreusire, von MBDA, das Programm maritime Mine C-O-U-N-T-E-R-M-E-A-S-U-R-E-S-Anführungszeichen, MMCM, von Thales, und Bay-Systems, sowie die CTA-40mm-Kanone, Kies-Teleskopied Armament, von Nexter, und Bay-Systems. Was den dauerhaften politisch-militärischen Dialog zwischen Frankreich und Großbritannien betrifft, so sind laut Oberst Conard die Enge dieser Beziehungen, und ihr Charakter unumkehrbar, gerade vor dem Hintergrund, dass aktuell ein bewaffneter Konflikt in dabei verwies der französische Stabsoffizier auf den Umstand, dass die militärische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern mehr als 100 JAHRE-Anführungszeichen zurückreiche, was einer deutlichen zeitlichen Untertreibung entspricht. Die 1820er JAHRE, so in diesem Zusammenhang Kapitän zur See-Julien-Lalane-DE-Saint-Quentin, stellvertretender Marine Attaché an der französischen Botschaft in London, sehen zum ersten Mal die französischen und britischen Armeen auf derselben Seite während des griechischen Unabhängigkeitskrieges Kämpfen. Im April 1904 schlossen dann die Französische Republik und das Vereinigte Königreich die Entente CORDEALE zur Beilegung ihrer kolonialen Streitigkeiten, und am 26. März 1918 wurde das große Hauptquartier der Verbündeten Armeen unter dem Oberbefehl von Marschall Ferdinand Foch aufgestellt.